Servus meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge One Piece Odyssey und wir werden König der Piraten. Wir haben Robin getroffen, komischerweise ist Robin hier. Robin ist nicht entführt worden oder benutzt worden. Das heißt wir müssen jetzt in diesem Fall Lösebretten. Interessant. Wir haben heute vor einer Stadt, die die Einführung der Nationalen, die er ausgestattet hat. Jetzt haben wir die Einführung ausgestattet. Also können wir die Einführung ausgestattet. Lass uns die Einführung ausgestattet. Lass uns noch nicht aufgestattet. Lass uns jetzt nicht in Aqualagna die Erwerbe aufgerissen, wie es geht. Okay, wir gehen zu der Frau! Was ist da hinten wohl? Ist ja schlimm, da werden wir noch mit dazu kommen. Bis zum nächsten Mal. Bin ich mal gespannt, was uns noch erwartet. Was kam mir noch in diesem Zeitraum vor? Dass sie den Seezug genommen haben, ja. Was ist das? Was ist das so cool? Jetzt bin ich gespannt. Ich glaube nicht, dass er sagt, ja, weil jetzt Robin dabei ist. Und den will ich auch nehmen. Schöne Idee gab's noch, der Seezug.... Tom Warg, oh Gott! Das ist ein seltsamer Vorfall. Ich glaube, seine einzige Schwäche damals war der Rücken, weil er den nicht selber machen konnte. Deswegen war sein Rücken, glaube ich, noch menschlich. Die Wärter 7 war die Wärter 7 ist der Kampfer, und sich der Kampfer entlang der Kampfer, aber die Kampfer, was er an den Kampfer, der Kampfer aufgewertet ist. Der Kampfer ist auch der Kampfer, der Kampfer, als die Kampfer im Land, der Kampfer-Kampfer war der Kampfer. Die Kampfer war der Kampfer, und die Kampfer, der Kampfer war der Kampfer. Ja, sorry, dass ich dazwischen gequatscht habe. Zumal ich weiß, wollte er ja damals den Seezug aufhalten. Ich verstehe. Ich hoffe, dass du bei den Bergbotschern hier in der Karte geschah. Also, dass du dich näher anstern. Wenn ich da anstern, dann kann man den Hosenbewerden, dass du adventur des Lebens im Leben möglich ist. Timmst das auch. procurementst du uns selbst schlafen. Das ist das Zeug, aber ich möchte dich von Frankiem unterstützen. Ja, kein Problem. Mein Standort gemäß Hobbyberuf geht zum Kanalisationslagerraum. Aber welche Ebene? Also meines Wissens nach kann es sein, dass ich lüge. Frankie, also Korte Fram, hat damals versucht, den Seezug aufzuhalten. Wurde dann vorne komplett verletzt und hat sich zu einem Cyborg ummodelliert. Zum zweiten Untergeschoss. Das Einzige, was er nicht beheben konnte, also war halt sein Rücken, weil er nicht an seinen Rücken rangekommen ist. Später aber, glaube ich, dadurch, dass er bei Vegapunk ja war, wurde ja sein Rücken dann auch mitbearbeitet. Sozusagen hat er da eigentlich keine Schwachstelle mehr gehabt. Korrigiert mich, ich habe lange nicht mehr den Water 7 Arc geguckt. Ich war eigentlich erst vor kurzem noch bei Skypier Arc, bei Edel, weil den wollte ich unbedingt angucken, weil Edel der für mich einfach ein geiler Charakter ist. Das war's. Herzgritter Angriff. Ich bin von daher nicht gekommen. Hat beinahe hingehauen eigentlich. Ich habe dahin gehen müssen, um hier runter zu gehen und von da unten aus dann hoch zu gehen. Hier dann. Passt. Ist das die richtige Richtung? Hm, wahrscheinlich. Du willst unser Reiseführer sein? Das ist schlecht, ja. Es ist wie wie eine Frage, sind wir bald da und du sagst, ja, ja, irgendwann. Ja, wann irgendwann? Ja, irgendwann halt. Das muss ich leider. Ja, ich wollte es eigentlich noch verhindern. Manchmal reagiert der Controller hier gar nichts. Das ist ein bisschen gerade echt Schrott. Wartet mal. Gut, dass ich noch den anderen habe. Ja, der reagiert besser. Keine Ahnung, warum der nicht reagieren will. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Das ist das Wichtigste. Ja, bei einigen sind die echt gut, ja. 15.000 fast, ja. Naja, wenn die überall die Schatzkisten da aufmachen, was das klar ist. Naja, wenn die Schatzkisten da aufmachen, sind oder haben wir jetzt da? Jetzt wissen wir Bescheid, es war auch ein Kanalisationsweg. Jetzt schaffe ich es gerade noch so, aber jetzt gibt es genau die gleiche Uhrzeit. Jetzt lädiert das wieder komplett richtig rein. Jetzt wieder bis richtig da. Kurz vor dem Zerfall, aber es klappt noch gerade so zum Weiterspielen. Ich muss die Zerfall mit dem Zerspielen und es dauern ein paar Zeit, danke, Aison-Ossan. Vielleicht mal abspeichern davor. Gut, dass Robin wieder da ist. Aber campieren können wir noch gar nicht so, gell? Also Party schmeißen bestimmt irgendwo. Ein bisschen Zeit, ich versuche es. Also, ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal verabschiedet habe. Die Agenten, die wir platt machen müssen. Ich spreche mit allen. Das stimmt ja. Ja, ganz anders. Siehst du dann? Komm, so hässlich war sie auch nicht. Sie war eine reife Jungferdramme. Die Kälte Das wäre nur noch ein Eis, oder kann ich da schon irgendwie... Ach, Chopper fehlt noch! Chopper! Ja, wird schon, gibt Schlimmeres. Ich werde den Taubenhaini verprügeln. Das ist ein Mann. Was ist das? Du bist? Was ist das? Was ist das? Das ist gut. Ich meine, jetzt so als Hintergrund wahrscheinlich, dass Eisberg nicht das Schiff irgendwie zusammengeflickt hat. Das ist auf wen ich mich freue. Spam sie! Der kleine, eklig hier. Boah, in das Lobby. Schlechte Erinnerungen. Robin war eins, die oben stand. Und... Und... Ich würde sagen, den Krieg erklärt hat. Ja. 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 Ich bin jetzt geflogen, ne? Und irgendwo mitten in das Lobby gelandet. Ich bin jetzt... Ja. 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 Und ab. Karine. Ich weiß, dass keiner erwartet, glaube ich. Ich lebe doch alle noch. Was ist los mit euch? Ich lebe doch alle noch. Ich lebe doch nicht. Ich lebe doch nicht. Ich lebe doch nicht. Dieses Mal kommt mir diese Erinnerung irgendwie kürzer vor. Kann das sein? Dass ich schneller hier vorankomme gerade? Eiser, Eiser. Guck mal, ich finde hier oben. Aber weiter gehen wir heute nicht. Also zumindestens für euch ist das dann eh wieder ein anderer Part. Guck mal da an. Vielleicht auch noch was. Aber Lessop ist eh nicht da. So. Ich will mal geschwinter. Kampieren kann man ja eh nicht. Mal gucken. Gut. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part, meine Freunde. Danke, dass ihr zugesehen habt. Und wünsche euch noch viel Spaß mit den anderen Videos, falls ihr dann noch was entdeckt habt. Wir sehen uns im nächsten Part, meine Freunde.